Bubi, jetzt sind wir an der Burg, gell? Ja. Wow, heute Familienausflug. Wie heißt das hier, Schatzi? Äh, ich glaube, ich weiß es nicht. Grekiria. Gerkira. Gerkira, wunderbar. Wir gehen in die Burg, Bubi. Kämpfen wir da? Ja. Let's go. Wow, das sieht krass aus hier. Hier sind noch ein Kanon in den Augen. Ja, da sind noch mehr Kanonen. Wow, was eine Optik hier. Kommt hier Aphrodite her, Schatz? Ja. Bubi, geil, gell? Ja. Alles ist jetzt aus und wir sind mal wieder die letzten Gäste. Aber es war geil. Wir sind wieder die letzten, die gehen. Ist Papa schön gerutscht mit Bubi in der blauen? Hä? Sind wir schön gerutscht? Ja. Ja, es war super. Bademeister. Mein absoluter Bademeister ist es vorbei. Mein absoluter Favorite ist aber der Lazy River. Einfach auf dem Ding da drin. Und wir schippern rum. Aber Bubi, morgen machst du die Kinderrutsche neben dem Clown, ja? Ja. Oder hast du wieder Angst? Angst. Klar, eins ist klar, Freunde. Es ist für den Bubi eine schöne Zeit. Und eine ganz besondere Vater-Kind-Zeit, gell, Bubi? Ist toll? Vater-Kind-Zeit toll? Ja. Es macht super Spaß, also es macht es so besonders. Ich wollte mich nur mal kurz melden, weil ich melde mich so selten. Ich versuche immer das Handy auch nicht zu nutzen, gell? Grüße. Grüße aus Corfu, ja? Jetzt sind wir bei den Eseln. Wunderbar. Das ist meine Frau. Hallo. Jetzt denken alle, das ist der Esel. Wunderbar. Das Beste. Was? Auf dem IA. Das ist auf dem IA, das ist eine Fliege. Auf dem IA. Mach mal, wie der Esel macht. IA, IA. Ja? IA. Wunderbar. Ja, IA. Aha. Oh ja. Schatzi. Mariana, guck mal. Ich dachte kurz, da bist du. Deine Mutter ist da hinten. Ach, Mariana. Bubi, jetzt du. Geh tanzen. So, Leute. Wir sind heute auf dem Meer unterwegs. Bubi ist der Kapitän. Schatz, bist du bereit? Bubi. Let's go. Power. Wunderbar. Wunderbar. Wir suchen die Piraten, Bubi. Ja, ja. Ja. Geile Brille. Alter. Also irgendwas läuft bei mir verkehrt. Bei dem Cota, den ich fahr. Und dem Ding, was ich hier seh. Mit Helikopter. Bubi, Vollgas. Schatz, wo ist der denn? Mein Handy ist pitcht noch. Wir sind die Gaffer. Wir stehen hier und gaffen einfach nur. Wenn wir jetzt in Heli steigen und losfliegen in diesem geilen Gerät. Und wir mit unserem schönen Boot. Schatz, Schatz, ich dock jetzt da an. Nein, du dockst jetzt nicht an. Die Gafferei geht weiter. Jetzt kommt hier so ein riesen Speedboot oder was das ist. Boah. Was ist denn das? Wir sind einfach so da dran, Schatz. Unangenehm. Hier ist das nächste Gerät. Wir sind auch gestört. Wir googeln, was das kostet, so eine große Jagd zu mieten. Wie, die da hinten mit dem Heli? Wie viel? Aber kein Preis. Fast eine Million die Woche. Und hier steht es nicht. Aber die finde ich krasser. Aber auch zu mieten. Vor allem mit dem Hund. Ich will jetzt ein Snack. Nein, du dockst nicht, Schatz. Nein. Jetzt ist mein Motor noch abgesunken. Das ist unangenehm. Mann, ist das unangenehm jetzt. Ist der Motor abgesoffen? Ja. Geht's an? Bitte fahr weg. Hallo, mal hello sagen. Schatz, bitte. Ich drehe mich nicht um. Ich drehe nur die Kamera. Ich drehe nur die Kamera. Ich drehe nur... Ich drehe... Oh Gott, das ist unangenehm. Oh nee, oh nee. Hello. Oh, die funkt schon durch. Die funkt durch. Eindringen. Schatz, geh weg. Very nice, Boot. Super. For ranting, ja? Hast du gesehen? Die funkt gleich durch. Die ist so unangenehm. Hinten am Heck. Es ist so unangenehm. Vor weg. Vor weg. Guck mal, mein Boot. Gut raus. Guck mal, mein Boot. 40 PS. Minha Familie. So schön hier, guck mal. So beautiful. Fucking beautiful. Fucking beautiful. So many from England here. So fucking beautiful place. Tschüss. Aber mein Eifel holt er ja eh. Hab ich denn noch gemacht? So beautiful alles. Hier. Nee, du musst dich doch nicht verstecken. Und jetzt kommt... Also ey, das Wasser. Ich sag's euch ehrlich. Top. Und jetzt kommt er gleich. Bubi, wer kommt jetzt? Harry Potter. Der echte Harry Potter. Aus London ist er hier hingekommen, um heute die Kinder zu bespaßen. Überleg mal, hä? Ist das geil, Bubi? Der echte Harry Potter. Guck dir das doch mal an hier. Das ist ja Wahnsinn. Die Harry Potter Show. Aus Gryffindor. Ist er doch da. Das ist der echte. Die Ereignung steigt. In etwa drei Minuten werden wir sie in das Reich der Magie entführen. Bubi, der Countdown läuft. Der Countdown läuft. Der Countdown läuft. Wow. Wow. Und los geht's. Der echte Harry Potter aus London, Bubi. Alle Kinder sind da und wir. Was ist der echte Harry Potter, Bubi? Der echte ist es. Jetzt geht's los. Aus Hogwarts. Ach so, gut. Aus England. Wow. Hast du das gesehen schon? Nee. Wow. Bubi ist der Wahnsinn, oder? Der ist der Wahnsinn, Bubi. Klatschen. Harry Potter, Bubi. Für dich ist er da. Geh mal hin und zieh den Besen weg, Bubi. Geh mal hin. Geh mal hin. Und hundert Mann an Deck. Wer unsere schwarze Flagge sieht, der kriegt den Riesenschreck. Mal entern wir ein Segelboot. Mal suchen wir nen Schatz. Nen Schatz. Ja, Bubi, ist ein großes Theater. Guck mal da vorne, auf der Bühne. Träumt schon von der großen Showkarriere. Hier im Theater. Hä? Willst du da vorne mal auf der Bühne stehen, Bubi? Ja. Auf der Bühne. So. Du kommst hier vor. Und dann sagst du, hallo Leute. Sag mal. Hallo Leute. Genau so machst du es. Ich mache Entertainmentkurs mit meinem Bubi heute. Und gleich gehen wir. Piratenschiff. Piratenschiff. Auf ein echtes kurzes Update. Und jetzt kommt noch eine Info. Versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Geh hoch, Pirat. Krass. Bubi, das ist das echte Piratenschiff. Ich habe es da auch versprochen. Jetzt geht die Fahrt los. Geil. Wir gehen ans Lenkrad, Bubi. Geil. Arr, arr, arr. Wow. Was ist das, Bubi? Guck mal hier. Wunderbar. Wunderbar. Ach, shit. Du denkst, du nimmst die Abkürzung, weil er nicht da rumlaufen ist. Direkt zur Familie. Du merkst, verdammte Scheiße, dass jeder Schritt ist wie Kilometer Marsch in diesem Sand. Und heiß. Leck mich fett. Ich habe so viele Windeln gewechselt. Bubi, gell? Wie viele Windeln habe ich gewechselt? 3, 3, 3. 3, 3, 3. 3, 33. Ungefähr. Wie kann man so viel kacken und pinkeln? Hä? Meine Güte. Du pickelst nicht hier ins Schwimmbad. Wer? Nein.